Hallo zusammen, Thomas hier. Was macht eine professionelle Kamera, ein professionelles Kamerasystem aus? Und letzte Woche ging es darum, warum ich mit Vollformat Kameras fotografiere und insbesondere auch um die Beschäftigung und um die Frage, was macht denn ein professionelles Kamerasystem aus? Und ist eigentlich nur Vollformat geeignet als professionelles Kamerasystem. Und heute im Prinzip so der zweite Teil, die Fortsetzung. Wie sieht es denn aus mit den APS-C Systemen? Die wir auf dem Markt verfügbar haben. Ist denn vielleicht auch APS-C professionell oder kann ein APS-C Kamerasystem professionell sein? Meine Entscheidung, wenn ihr letzte Woche das Video geguckt habt, meine Entscheidung mir eine Nikon Kamera zu kaufen, meine erste Nikon Kamera zu kaufen, war nicht rational begründet. Ganz im Gegensatz dazu war der Erwerb meiner ersten, nach langer Zeit wieder, meiner ersten APS-C Kamera im letzten Februar, März einer Fuji Kamera, war absolut wohl überlegt. Denn es ging darum, ich habe eine Kamera gesucht, mit der ich nach meinem Verständnis, nach meinen Vorgaben, so gut wie möglich Street-Fotografie machen kann. Und dabei ist dann am Ende bei mir die Fuji X-E4 rausgekommen. Warum ich mich genau für diese Kamera entschieden habe, falls euch das interessiert, guckt einfach hier oben in der Infocard. Da verlinke ich euch das entsprechende Video. Und das hieß für mich, dass ich im letzten Jahr nach 10 Jahren APS-C Pause und ausschließlich fotografieren mit Vollformat, in dem Fall bei mir ja mit Nikon, wieder mit APS-C fotografiert habe. Und auch meine Nikon Historie war ja jetzt nicht nur Vollformat, sondern da waren ja gerade am Anfang, bis zur D800 vor etwa 10 Jahren, waren das ausschließlich APS-C Kameras. Die erste, die D2H, war eine APS-C Kamera. Die folgende Kamera, die ich dann kurz davor benutzt habe, war eine APS-C Kamera. Die D2X, die habe ich dann ergänzt als Backup durch eine APS-C Kamera, eine D200. Und die D200 wiederum habe ich abgelöst, APS-C Kamera, durch eine D300. Meine Nikon Historie ist also, oder hat angefangen mit APS-C. Okay, und wenn jetzt die D800, die für mich die vorherigen Kameras abgelöst hat, keine Vollformat, sondern eine APS-C Kamera gewesen wäre, ich hätte mit der D800 mit 36 Megapixel auch mit APS-C weiter fotografiert. Hätte sogar den großen Vorteil gehabt, ich hätte mir zunächst keine neuen Objektive kaufen müssen. Denn mit der D800 musste ich das System vollständig wechseln. Meinen ganzen APS-C-Kram, Kameras und Objektive habe ich verkauft und musste komplett neu auf Vollformat umsteigen. Hätte ich aber nicht gebraucht. Für das, was und wie ich fotografiere, benötige ich gar keine Vollformat-Kameras. Meine fotografischen Schwerpunkte sind Landschaftsfotografie, Industriefotografie und Architekturfotografie. Dafür brauche ich bei dem, was und wie ich fotografiere, überhaupt nicht zwingend Vollformat. Denn ich brauche zum Fotografieren kein Bokeh-Monster. Ich brauche zum Fotografieren kein ISO-Monster. Deswegen heute die Frage, einmal, warum fotografiere ich inzwischen auch wieder, neben der Street-Fotografie im Übrigen, bevorzugt mit APS-C-Kameras, in meinem Fall mit Fuji. Es hätten genauso gut Sony-Kameras sein können. Ich habe mich aber für Fuji entschieden. Und bevor wir zu den Punkten kommen, warum ich mit APS-C fotografiere und vor allen Dingen, warum für mich APS-C auch professionell ist, heute nochmal erstmal der Einschub von der letzten Woche. Was macht denn eigentlich eine professionelle Kamera aus? Sind Vollformat-Kameras auch automatisch Profi-Kameras? Sicherlich nicht alle Modelle, aber grundsätzlich ist eigentlich nur, wie gesagt, abgesehen von natürlich Mittelformat und anderen Kameras, aber die meisten von uns beschäftigen sich ja mit Kleinbild, mit Vollformat-Kameras, sind also eigentlich nur Vollformat-Kameras geeignet, Profi-Kameras zu sein. Oder fangen wir doch mal ganz vorne an. Was macht denn eigentlich das Professionelle aus? Ist der Profi die Kamera oder ist der Profi der Fotograf, Fotografin, ist der Fotograf, der Profi, der eine Kamera nutzt, der sie professionell nutzt. Seitdem ich professionell fotografiere, hatte ich ja gesagt, hat sich mein Anspruch und haben sich meine Anforderungen, auch meine Beschäftigung damit, was ich denn für eine Kamera brauche, geändert. Oder ich habe mich seitdem erstmal grundlegend überhaupt mit der Frage beschäftigt. Und inzwischen hat sich auch meine, ich sage mal, Einstellung zu Kameras vollständig gewandelt. Früher war ich da auch durchaus ein bisschen der Nikon-Fanboy. Nie radikal, also nie ein Ultra, aber ich fand Nikon toll. Aus den schon angesprochenen Gründen. Mit aber meinem Wechsel in den Bereich der Berufsfotografen hat sich für mich die Frage gestellt, was muss denn eine Kamera für mich für Eigenschaften haben? Also ich bin hingekommen, dass eine Kamera für mich jetzt nicht mehr irgendwie was Tolles, Technisches ist. Für mich ist eine Kamera inzwischen ein Werkzeug. Und ein Werkzeug muss wie ein Hammer, wie eine Zange eine ganz bestimmte Aufgabe erfüllen. Und entweder die Kamera kann das oder die Kamera kann das nicht. Und dabei ist erstmal vollkommen egal, was für ein Format die Kamera hat. Was für ein Sensor, was für eine Sensorgröße und was für eine Sensorauflösung. Eine Kamera ist nicht deswegen automatisch eine professionelle Kamera oder eine Profikamera, weil sie eine Vollformat-Kamera ist. Nur weil viele Fotografen, die wir auch draußen sehen, so wie auch die Sportfotografen unverändert, weil die mit Canon, Sony, Nikon fotografieren, sind aber die Kameras nicht automatisch professionell, sondern sie sind für viele Fotografen ein professionelles Werkzeug. Was aber nicht heißt, dass nur diese Kamera professionelle Werkzeuge sind. Und auch Profis haben nicht alle die gleichen Anforderungen. Nicht jeder Profi-Fotograf braucht das ultimative Bokeh-Monster. Portrait-Fotografen, gar keine Frage. Für die ist es sicherlich unter anderem eminent wichtig, dass sie ein schönes cremiges Bokeh haben, dass sie Objektive benutzen können. Mit Vollformat zudem, die eine Offenblende von 1.2 haben, die sie dann auch sinnvoll nutzen. Aber auch nicht alle Profi-Fotografen brauchen das. Es gibt genügend Fotografen, die brauchen keine 40, 30 Bilder pro Sekunde, weil sie keine Sportfotografie machen, weil sie keine Tierfotografie machen. Die Sport- und die Tierfotografen, für die kann es gar nicht schnell genug sein. Die brauchen solche Kameras. Es gibt eine ganze Reihe, nicht mehr so viele Fotografen, für die kann die Auflösung gar nicht hoch genug sein. Und da reicht dann auch das Vollformat unter Umständen gar nicht mehr. Da muss es dann schon mindestens Mittelformat sein oder vielleicht noch größer, wie beispielsweise die Kameras von Phase One, die eben 100 Megapixel, ich weiß nicht, ob es inzwischen welche gibt, die sogar noch eine höhere Auflösung haben. Weil sie sehr, sehr großformatige Werbefotos produzieren sollen, die dann eben an den großen Plakatwänden, die auf riesigen Multivisionswänden gezeigt werden sollen und wo es dann einfach auch um eine extrem hohe Auflösung geht. Aber die meisten, auch Profi-Fotografen, brauchen keine 100 Megapixel und wahrscheinlich noch nicht mal 45 Megapixel. Und es gibt Fotografen, Konzertfotografen, die unter sehr dunklen Lichtverhältnissen fotografieren, fotografieren müssen, für die ist natürlich eine ISO-Monster-Klasse. Eine Kamera, die bei auch sehr hohen ISO-Werten möglichst geringes Bildrauschen zeigt. Und das können natürlich unter anderem auch die richtig guten Vollformat-Kameras liefern. Aber nicht alle Fotografen, auch nicht alle Profi-Fotografen, brauchen dieses ISO-Monster, weil sie nämlich diese hohen ISO-Werte nie brauchen werden. Und es gibt Profi-Fotografen, die brauchen noch nicht mal eine Vollformat-Kamera. Für die ist es viel, viel wichtiger, statt eine große Kamera und natürlich auch die vergleichsweise großen Objektive zu benutzen, die brauchen eine kleine, die brauchen eine kompakte und die brauchen eine leichte Kamera oder mehrere davon eventuell. Ein sehr gutes Beispiel für mich ist Heinz Zack. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Heinz Zack kenne ich nicht persönlich, kenne ich, weil ich habe früher sehr intensiv Free-Climbing gemacht und hatte dann auch das ein oder andere Klettermagazin, um zu gucken, in welchen Gebieten gibt es neue Touren, gibt es neue Routen, wo fährst du im Sommer hin, um vielleicht diese und jene Route und diese und jede Tour zu gehen. Und Heinz Zack war schon sehr lange, auch zu der Zeit, als ich mich vor mehr als 20 Jahren noch intensiv mit dem Free-Climbing beschäftigt habe, war damals schon Profi-Fotograf und hat auch viele Bilder von ihm, kannte ich, die auch veröffentlicht waren in dem Magazin. Und Heinz Zack fotografiert seit vielen, vielen Jahren nicht mehr mit Vollformat-Kameras, obwohl er Profi-Fotograf ist, weil er nämlich genau diese Anforderungen hat. Da geht es nicht um die maximale Auflöse. Es geht sicherlich um eine brauchbare Serienbildgeschwindigkeit, aber es geht vor allen Dingen um leicht und um kompakt, denn der Heinz Zack hängt selber in der Wand wie die Free-Climbing. Damit er die nämlich in der Wand auf ihren Routen in den coolen Moves fotografieren kann. Und wenn der da hängt, kann der nicht mit einer riesigen Mittelformat-Kamera arbeiten. Das wäre viel zu schwer. Der braucht also eine leichte, kleine Kamera, die er vor allen Dingen auch sehr gut ohne Stativ benutzen kann. Dementsprechend heißt professionell nicht für alle Profi-Fotografen Vollformat. Ich fotografiere mit APS-C-Kameras, weil für mich APS-C-Kameras professionell sind. In meinem Fall ist das das Fuji-System, es hätte aber auch das Sony-System sein können. Und das sind nach meiner Wahrnehmung auch die beiden Systeme, die für mich geeignet sind, als APS-C-Systeme einem professionellen Anspruch zu genügen. Und der erste Grund, warum ich mit APS-C-Kameras fotografiere, ist, diese Kameras, diese Kamerasysteme sind klein, leicht und kompakt. Sie haben den großen Vorteil, dass dadurch, dass ich einen kleineren Sensor habe, ich auch kleinere Objektive bekomme. Und das funktioniert deswegen bei Fuji und eben auch bei Sony so gut, weil die in nahezu vollständig ausgebauten oder vollständig ausgebaute APS-C-Systeme haben. Im Gegensatz zu dem System beispielsweise von Canon oder von Nikon, da gibt es zwar auch APS-C-Kameras, aber das Objektiv-Sortiment reicht hinten und vorne nicht, um damit vollständig alles fotografisch abzudecken. Zumindest nicht für mich. Und dementsprechend müsste ich dann wieder auf die großen, lichtstärkeren Vollformat-Objektive ausweichen. Und damit wäre für mich der Klein-, Leicht- und Kompakt-Faktor schon wieder obsolet. Also, für mich ist ein APS-C-System sehr professionell, weil es klein, leicht und kompakt ist. Beziehungsweise, wenn es klein, leicht und kompakt ist. Und das heißt für mich, ich kann diese Kameras auf Reisen mitnehmen. Natürlich kann ich auch große Kameras mit auf Reisen nehmen, aber es ist ungemein angenehmer, wenn ich ein kleines System habe, ein leichtes System, das weniger Platz einnimmt, das viel leichter ist. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht. Oder leichter sein kann. In meinem Fall ist es deutlich leichter. ich also Gewicht spare. Und wenn ich Platz spare, ist es für mich wesentlich leichter, in der Bahn, im Flugzeug, das ganze Gerödel mitzunehmen. Und vor allen Dingen, wenn ich es dann auch über längere Strecken tragen muss oder will oder soll oder was auch immer, ist es natürlich wesentlich angenehmer. Ich brauche weniger Kraft und es ist alles weniger anstrengend, als mit einem größeren System. Als mit einem Vollformatsystem beispielsweise. Der zweite Grund, warum für mich APS-C, in dem Fall, wie gesagt, Fuji sehr professionell ist, weil es extrem vielseitig ist. Und das ist genau wieder der Grund mit den Objektiven. Ich kann mit dem Fuji-System Street-Fotografie machen, klein, unauffällig, mit der kleinen X-E4 oder auch mit der X-E3 beispielsweise. Und ich kann genau diese Objektive auch benutzen, um auch mit den größeren Kameragehäusen, weil das Bajonett immer das gleiche ist und ich natürlich Objektive habe, die ausschließlich für das APS-C System gerechnet sind, kann ich mit denen dann auch mit den größeren Kameras wie der X-E3, X-E4 oder eben auch der neuen X-H2S auch problemlos fotografieren. Das ist also für mich der zweite Grund. Und der dritte Grund, sicherlich auch einer der wichtigsten Gründe überhaupt, ist die Bildqualität. Ich war, hatte ja lange Zeit überhaupt nicht Fuji auf dem Radar und war sehr überrascht, welche hervorragende Bildqualität ich dann auf dem Rechner nachher gesehen habe, insbesondere auch was die Bildschärfe angeht. Ich könnte aufs Schärfen, außer das Standardschärfen mit Lightroom mit dem Bertrand 40, könnte ich eigentlich darauf verzichten. Die Bilder aus den Fuji-Kameras, aus den Fuji-APS-C Kameras kommen so knacke scharf als RAW-Foto aus der Kamera, dass man die eigentlich gar nicht mehr nachschärfen muss. Und das hat mich wirklich unter anderem auch positiv überrascht. und es gibt, das hat sich jetzt im Laufe der letzten Wochen, Monate aber auch erst herausgestellt, für mich scheint das Fuji-System die eierlegende Wollmilch zu sein. Endlich nach ungefähr sechs Jahren, denn ich filme ja auch und bin unverändert auf der Suche nach einem System, das für mich alles gleichermaßen erfüllen kann. Die ersten drei genannten Gründe, inzwischen auch das Leichte und Kompakte und mit denen ich aus meiner Sicht und auch im Kundenanspruch professionell filmen kann bzw. professionelle Videoergebnisse abliefern kann. Und mit der X-H2S habe ich inzwischen eine Kamera, die in meinen Augen absolut professionelle Ergebnisse liefert. Und seitdem ich die Fuji X-H2S habe, steht meine Nikon Z6 ins Alten Teil geschickt. Die steht da und ich habe sie ins Alten Teil geschickt. Ich benutze die nicht mehr. Vielleicht werde ich sie sogar zeitnah mal verkaufen. Denn zum Filmen, außer hier im Studio auf dem Stativ, war die Kamera für mich eigentlich nie geeignet. Ich fotografiere mit APS-C Kameras, weil sie für mich genauso professionell sind, genauso professionell sein können wie Vollformat Kameras. Denn was eine Kamera ausmacht für mich ist der Verwendungszweck oder das Kamerasystem eben. Das ist der Verwendungszweck. Wofür brauche ich die Kamera? Wie muss ich sie einsetzen? Und das entscheidet für mich, welches Kamerasystem ich dafür verwende. Ich bin sehr viel im Jahr auf Reisen und da bevorzuge ich inzwischen oder besser gesagt, habe ich es inzwischen sehr schnell schätzen gelernt, das viel kleinere, viel kompaktere, viel leichtere APS-C System, das ich inzwischen mitnehme. und auf Reisen hat für mich Fuji Nikon inzwischen vollständig abgelöst. Ich reise nicht mehr mit Nikon Kameras aus den genannten Gründen. Klein, leicht, kompakt, das APS-C System. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, oder ich weiß genau, dass viele von euch die Frage stellen, so, was ist denn jetzt beim Hinze? Macht denn der jetzt nur noch APS-C oder fotografiert der weiter mit Vollformat? Wozu braucht man dann überhaupt noch zwei Systeme, wenn denn das APS-C System für mich so toll zu sein scheint? Ich habe die Entscheidung noch nicht final getroffen. Fuji hat für mich in großen Teilen, insbesondere wenn ich wie gesagt unterwegs bin, aber inzwischen auch für Video Nikon vollständig abgelöst. Es gibt noch die ein oder andere Anwendung, da will ich mich momentan noch nicht von Nikon trennen. Ich warte jetzt auch unter anderem mal ab, was wird denn jetzt mit der angekündigten und zeitnah auf den wahrscheinlich baugleichen X-H2S oder baugleich zur X-H2S nur mit einem 40 Megapixel Sensor. Das ist für mich ein ähnlicher Knüller wie die D800 die 2012 als erste Vollformat Kamera statt 12 Megapixel 36 Megapixel hatte. Gut, der Sprung ist jetzt nicht mehr ganz so groß, aber trotzdem ich finde es für APS-C enorm und ich bin absolut gespannt was die X-H2 kann auch natürlich hinsichtlich der Qualität oder was sie nicht kann. Fakt auf jeden Fall für mich ist APS-C genauso professionell wie Vollformat und für mich gibt es da auch nicht wirklich einen Unterschied.